Ja, das ist ja nicht immer mein Ding, aber die Strecke ist ganz gut. Es ist ein paar Kreisverkehre und die letzten zwei Kilometer ist ein bisschen kurvenreich. Aber ich denke mal, es kann ein guter Zeitfahren sein, auch wenn es ein kurzer Prolog ist. Und ja, nach meiner Pause vielleicht das Beste geben. Die Form ist ein bisschen schlecht, aber ich denke, es ist gut zu fahren bei dir.